Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play League of Legends. Ja, hier spielen wir diesmal mit der Rani, mit der wir ja gerade eben schon mal spielen wollten. Ja, war es sogar, in der letzten Aufnahme. Und ja, jetzt spielen wir mal mit der... Ich habe gerade mit Draven mal eine Runde gestartet, habe die Runde dann abgebrochen. Das war eine Katastrophe, also wirklich, mein Team hat mich gehasst. Ich hatte 0-10-1 am Ende, nach 20 Minuten. Also, ich kam überhaupt nicht mit dem klar. Ich sehe gerade, da unten hat wieder jemanden Draven ausgewählt. Ich denke mal, das braucht ein bisschen Übung mit dem, weil der hat ja diese League of Draven, bei dem der Gold für getötete Benutzung von Kuh kriegt und irgendwie. Und ich habe mich dann total aufs Kuh konzentriert, habe so gar nicht mehr richtig realisiert, was die Gegner so getan haben, weil ich die ganze Zeit dabei war, diesen komischen Kreis daher zu rennen. Dann habe ich, ja, und das hat sich dann irgendwann halt darauf ausgewirkt, dass ich dann unterlevelt war und naja. War nicht gut, war nicht gut, wolltet ihr nicht sehen, habe ich gelöscht. Das war so ein typischer Fail. Ich habe Angst. Haben doch alle 100% oder? Nein, hat 99%! Da, 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 da. Na, 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 na. neue schriftrolle bräuchte also eine komplett neue schriftrolle werde ich an die supporter auf offensive spielen da die der team rolle oder ist es hier hey das sind genau die die ich nehmen muss das ist ja gut dann gehe ich einfach komplett dann hole ich mir drei offensive drei defensive gegenstände macht man mit dingen oder lästliche gegenstände alles klar statt gegenstände dann spiele ich einfach mal nach der dinge hier angegeben ist und starte mal mit einem durch verursacht 19 magische schaden wenn der treffer tödlich ist wird das mal als vor wurde in die hälfte zurückgegeben verursacht einen feuerkegel erhöht rüstung und magie resistenz für sekunden um 20 prozent verursacht 20 plus fünf magische schaden gegnern ich würde sagen wir nehmen einfach mal die feuerkugel das ist keine ahnung sei kein angsthase wir rennen um diesen mann herum wir rennen um diesen mann herum wir rennen um diesen mann herum einen mädchen k ok ok dann gehen wir mal los ich probiere mal ganz kurz den feuerball aus oh nice macht er auch mit was so nicht mit die last kürze ich will gucken ob der draven sich auf sein ding spezialisieren aber auch nicht beachtet das ging nicht so gut los ich weiß nicht warum da hier so rum steht ich weiß echt nicht warum der gerade so rum steht feuerkegel oh der ist jetzt nicht besonders groß ok ich habe mir das besser vorgestellt irgendwie bam ja ich habe mir den kegel irgendwie besser vorgestellt irgendwie kegelischer und feuriger ja war es macht gerade momentan nicht viel deswegen keine ahnung also ich glaube ich bleibe am turm falls er jetzt irgendwie afk sein sollte dann bekommt er trotzdem level dazu und ich hole mir dann halt die last hits wo suchst du ne erstes blut ein verleihung zuge ich versuche jetzt einfach irgendwie rennt der da auch allein drauf ich bin ja du kleiner stunner ich kann doch sowas nicht wie soll ich denn ich gehe auf verteidigung junge wie soll ich also jetzt muss ich auf angriff gehen ja ja ich spiel es erst mal mit ah nee ich nix ahnung lass mich in ruhe das ist nicht lustig ich habe kein mana mehr ich habe hier einen typen stehen der gleich stirbt drück doch wenigstens b wenn du irgendwie dich aufgehangen hast ja jetzt gucke ich zu wie sie den da killen ja das war erstklassig das war erstklassig ich brauche unbedingt diesen stab hier denn ich glaube ich beginne mit mana statt mit leben ich spiele nie mit streichhölzern denn ich brauche sie nicht diese level 4 ich bin level 3 und habe nur noch kein partner mehr nur noch kein partner mehr das ist sehr gut diese runde beginnt super aber ich muss hier aufnehmen denn ich kann nicht ewig jede runde abbrechen ich werde mein bestmögliches geben ist auch schön wenn ich wenigstens es hätte mit der ich was kann weißt du dann wäre das ja alles kein problem aber eine annie die absolut keine reichweite hat anscheinend oh das sah ganz gut aus was macht das jetzt hier eh verbrennen der war das wirklich ok ich spiele nie mit streichhölzern uuua dat flash dat flash is so bad oh gott die machen mich so platz ich habe da keine chance das kannst du vergessen ja das sind drei kills ne vier kills sogar schon gut ich würde sagen diese runde können wir gleich einstecken da wird nichts mehr der draven ist jetzt schon so gefühlt acht neun können wir ein bisschen leben der muss schon so viel cola haben denn draven weil ich krieg der ja 50 gold extra für jeden kill an ähm Typen dann kriegt er auch das gold extra für dings ach du scheiße der muss so viel cola haben so viel cola iu ula sei kein angsthase Ar lets rage Und der turm ist daock Ich kann gleich weg gehen lalalalal ana Jaaa du umbledare Leonardo Ränder am besten den auf dem vollgefiedelten draven richtig genau so möchte ich das ich nehme viel zu 2 gegen 2 level 6 und die gefühlt sind wir gewinnen da kann ich irgendwie helfen weil ja steht ja in dem turm drin ich versuchte irgendwie zu verteidigen und dann kommt er und sagt ich wieder alles klar natürlich was er mache ich auch so kommt rein nach fünf minuten nicht da sein und haut das mal raus ja gut viel an die klasse und habe ich gerade noch so geschafft ich wollte mich lieber zurück bevor er seine axt danach mehr wirft sein das weiß ich was es sein soll ich kann mir aber auch nichts kaufen ich hoffe es ist mir einfach mal dran kurz damit ich wenigstens irgendwas habe sehr nice 500 gold und sie schöpft auch na los komm weil sie hat bestimmt gleich ihre wasser gucke drauf nein hat sie gekickt nice aber den farm könntest brauchst du trotzdem nicht klauen gell das ist geil das herr mit dem herr mit dem herr mit merken Ja, ich muss jetzt wieder auf. Habe ich mir angegriffen? Ich glaube schon. Wow. Ich bin da gar nicht gut gesessen. Bleib nicht zurück. Nein. Lass mich in Ruhe. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, 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 ja. Hast du mein Bär, Chibos Chibos? Los greif an! Come on! Ah, ich kann doch befehl legen, alles klar! Nice! Greif die Turm an! Schafft er nicht mehr, gell? Tybus, down! Nein, Tybus ist down! Ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten. Ich werde jetzt noch mal zurück gehen, bevor ich noch mal sterbe. Zweimal gestorben ist ja eigentlich schon genug, ne? Meine lieben Freunde, man möchte ja nicht unbedingt zu oft sterben. So wie er jetzt zum Beispiel gleich. So. Er ist wirklich gestorben. Ich möchte einfach, ich möchte weinen. Ich möchte weinen, mich hinlegen und weinen. Ich frage mich allerdings gerade, wo der Draven ist. Ich glaube, es ist intelligent, wenn ich mich nur hier herstelle. Ach, da ist Draven Final Level 8. Na das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Was hat denn das für ein Cooldown? 117 Sekunden Cooldown ist ganz okay. Ich habe ja noch 2% Cooldown drin. Ähm. Darum geht das ein bisschen schneller. Und ich hoffe, der war auch so, dass er gegen den Splatter und Tower stehen jetzt hier. Weil der hat keine Schocks gegen die auf Offenfelde. Nö. Er geht Freude streiten mit dem Minions mit. Dann verkleide ich ihn mal. Was war das denn jetzt gerade? So. Hauen wir ihn mal rein. Feuerschild, Feuerschild verbrennt alle an mir. Kann ich mal brennen? Das macht Spaß! Irgendwie doch nicht. Na okay, gut. Dann halt nicht. So. Hast du meinen BRNT-Boss gesehen? Niemand hat deinen BRNT-Boss gesehen. Erhöht Rüstung und Magieresistenz. Fünf Sekunden lang und 30. Magischen Scheiben an Gegnern. Hup. Hup. Da ist der Herr Draven schon wieder. Hup. 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 Jawoll. Ich hab Draven noch gekillt. Das ist ja nice. Hab ich irgendwie was bekommen dafür jetzt? Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Hup. Hup. Ich find den Teddy cool. Der Teddy ist cool. Den mag ich. Teddy. Wer mag Teddy nicht. Teddy 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 Teddy. und das ist der stadt ist doch glaube ich stellt stufen 8 sekunden lang ist ja 20 mal ja ich glaube er lädt sich dann passiv auf gern einmalig passiv gleichen namen nicht kommunikativ kumulaktiv nix woken kumulaktiv also okay verstehe also wenn ich wollte doch ganz kurz ich habe einen kill und drei tode 3 2 mir wurde ja gedacht ich sollte versingen mit ich habe einen kill und drei tode drei tode die liste wenn man dem menschen etwas verbietet machen sie ist das recht das ist nun mal bei uns menschen unbelehrbar sind wir ich glaube ich bin adc geworfen mehr oder weniger weil ich das ehrlich da war der linie haben wir uns ein freund doch mal drängen das weg der klu oder geht zurück und der nächste so 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 so